Okay, ich muss die irgendwie hochhalten, aber gleichzeitig drunter springen. Also, es reicht nicht, dass die auf mir bouncern, sondern... Hä? Hier hatte ich jetzt sogar geschafft. Wow. Alter, kick das Ding doch nicht sonst wohin, du bescheuerter Klempner. Nee, ich hab grad... Also, ich hatte bis grad eben richtig Spaß. Und dann kommt dieser Dreck. So ein... Scheiß Archivman einfach. Ey, jetzt geh runter von dieser Dorian. Verdammt, Mario. Wie soll ich das hier zehnmal in der Luft halten, wenn es... per ANG fliegt, wie es will. Ich bin grad so am tilten, siehster. Ich... Kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Du verdammt... Also, ich bin grad wirklich am überlegen, ob ich den einen Punkt, äh, beim Event jetzt nehme, für das, äh, ich habe Beat the Game hier durch. Äh, und auf den zweiten Punkt fürs Mastern, scheiße. Das machen wir bis anscheinend nicht weiter. So tilten macht mich dieses Archivman gerade. Digga, deine... Scheiße! Das war grad gut. Das Schlimme ist halt, ich seh ja dann nicht mal mehr den Schatten irgendwann. Also wer sagt, dass, äh... Sunshine so ein gutes, äh... 3D Mario sein soll, ne? Ey, dann... Der soll sich mal diese Janky-Hitbox von diesen Dingern angucken. Das ist doch nicht normal. Sorry, auch das... Ich weiß, es ist kein... Tolles Stream, wenn man so Rage-Dekanzler ist. Du... Ihr seid hier Besseres gewohnt. Ey. Ich habe es jetzt so oft auf 7 oder 8 geschafft, ne? Kann ich es jetzt auch endlich mal auf 10... ...inkriegen, du verdammter Dreckspisser. Ja, Nesti. Alles an Tippen. Ich nehme alles. Backseat-Game mich hierbei ruhig grad... Bis zum Tode, ey. Weil ich flipp hier vielleicht. Um das mal ein bisschen auszuspeichern... Für mich ist grad so eine richtige Abwärtsspirale. Mich triggert es... ...dass es überhaupt so ein Janky-Archivment hier drin gibt. Dazu... Äh, das zorgt für mich erstmal für eine schlechte Laune. Dazu kotzt es mich an, dass ich im Stream schlechte Laune hab. Und, äh... Ich krieg Schuldgefühle, weil... ... ihr was Besseres verdient habt... ...außer einen Stream, wo ich hier am Ausrasten bin. Und deswegen will ich das unbedingt hinkriegen, damit der Stream wieder besser wird. Und dadurch... ...wird meine Laune wieder mies. Gerade. Es ist grad so ein scheiß Teufelskreis. Nein! Hab ich grad richtig gezählt? War das grad neun? Acht. Neun. Nein! Es ist irgendwo... Ey... Ich hätte nur noch einen... ...nur noch einen treffen müssen. Und dieser Scheißfrucht... ...wird irgendwo da von nem fucking... ...scheiß... ...keine Ahnung was... ...abgelenkt. Was ist das für eine Drecksscheiße? Scheiße! Yes! Ich hab's! Oh, dieses Archivband braucht mehr als 10 Punkte. Verdammt nochmal. Ich habe genau 2 Stunden gebraucht. Genau 2 Stunden. Zwischen dem letzten Archivband und diesem. Malsrau. Das noch nicht Bis zum nächsten Mal.